Hallo zusammen, ich bin Benjamin Poredos von der Smart Textiles Plattform Austria. Wir sind ein Zusammenschluss von zahlreichen Textilunternehmen und unser Ziel ist es unter anderem die Entwicklung von smarten Textilien oder technischen Textilien voranzutreiben. Im Rahmen von Industry Meets Makers 2021 widmen wir uns ein Themengebiet mit enormem Potenzial, der Objekterkennung mit Hilfe von smarten Textilien. Die Anwendungsgebiete reichen hier von IoT, Smart Home oder besser ausgedrückt, stellt euch mal vor, eure Jacke oder eure Tischdecke zu Hause wäre multitouch-tauglich. Also dann, wir freuen uns schon drauf. Am 15. April geht's los.